Dann würde ich da eventuell sagen, gut, schaut euch das mal an. I don't care hat gefragt, wie viele, ne, viele Frauen hast du schon befriedigt? Fragezeichen. In dem Fall, mein Lieber, gehört eigentlich ein Ausrufezeichen hin, kein Fragezeichen. Ansonsten hättest du schreiben müssen, wie viele? Zwei. Soweit ich weiß, man muss dazu allerdings sagen, dass ich da nicht wirklich sexuell mit denen zu tun hatte, also nicht körperlich, sondern dass das lediglich über sexuelles Schreiben der Fall war. Ja, hört sich blöd an, wenn die mich angelogen haben, ist das natürlich auch so eine Sache, aber von dem, von dem ich weiß, sind es zwei und das war lange, bevor die Hater aktiv waren, beziehungsweise bevor die Hater mich überhaupt kannten, also hat das mit den Hatern in dem Fall überhaupt nichts zu tun.